Die Speisen, die ich im Nahen Osten gegessen habe, haben mich eine wichtige Sache gelehrt. Und zwar, dass Simplizität und frische Zutaten das Fundament eines guten Essens sind. Am meisten wurde es mir an diesem Gericht bewusst. Man benötigt Blumenkohl, den man in Röschen zuschneidet. Die kleinen Röschen werden in einer Schüssel mit Öl und Salz vermischt, kommen auf ein Backblech, werden getrennt voneinander platziert und bei 220 Grad 40 Minuten beidseitig geröstet. Sobald die Blumenkohlröschen schön weich geworden sind, geben wir sie in eine große Schüssel und ergänzen frische Tomaten, Frühlingsswiebeln sowie Schnittlauch. Für die Sesamsoße habe ich Tahin, Zitronensaft, frisch geriebenen Knoblauch, Wasser und Salz vermischt. Die Soße kommt mit dazu, alles wird gut vermischt. Das kommt dann in eine frisch gebackene Pita oder ihr kauft eine im türkischen oder arabischen Supermarkt. Dort schmecken sie einfach am besten. Und fertig ist unser veganes Wunder.